Hallo Internet, heute ist der zweite Tag gewesen von The International, das sage ich fast schon, vom ersten Major-Turnier, das Herbst-Major-Turnier in Frankfurt. Dota 2 wird gespielt. Ich bin hier im Hotel, ganz alleine heute, denn der Adi, mit dem ich eigentlich die Tage hierüber in Frankfurt bin, der musste nach München zu Sport1FM, war heute dort eigentlich Chef vom Dienst beim Länderspiel, Deutschland gegen Holland, das wurde ja abgesagt, auch bittere Geschichte, die da passiert. Ich war ja eh kein Fan, muss ich sagen, von der ganzen Geschichte, das schon stattfinden zu lassen. Und jetzt gab es dann eben diese angebliche konkrete Gefahr. Ich bin froh, dass nichts passiert ist, aber es sind schon ganz komische Sachen, die im Moment auf der Welt passieren. Kommen wir zu schönen Geschichten. Dota heute beim Turnier in Frankfurt. Eins meiner Highlights war das Interview mit Jonathan Berg, das ist der Loda von The Alliance, eine Mannschaft, die im Jahr 2013 The International gewonnen hat, also damals Weltmeister wurde. Damals gab es, glaube ich, noch insgesamt einen Preispool von um die Millionen. Inzwischen hat man ja 18 Millionen US-Dollar erreicht. Jedenfalls die Mannschaft damals, wie schon gesagt, Weltmeister geworden. Und ja, danach ging es nicht mehr so gut voran. Das ist so ein bisschen der TI-Fluch, weil viele der Mannschaften, die das International gewinnen, die kacken dann so ein bisschen ab. Bei Alliance war es genauso. Und die haben sich inzwischen aber wieder ein bisschen besser gefangen. Haben auch ungefähr in etwa wieder das gleiche Team wie damals, als sie Weltmeister wurden. Und es läuft eigentlich ganz gut bis zu dem Turnier jetzt, denn da hat es in der Gruppenphase zu keinem einzigen Sieg gereicht. Und das war wirklich eine ganz, ganz bittere Pille. Und ja, heute gab es einen spielfreien Tag für The Alliance, aber es wurde natürlich trainiert, direkt dort bei der Festhalle in Frankfurt, wo auch das Event stattfindet. Da gibt es dahinter so riesiges Areal, wo die ganzen Spieler und die Teams untergebracht sind. Und dort kann eben trainiert werden. Auch da gibt es überall Computer-Setups und so weiter. Und zwischen zwei Trainingseinheiten hat sich der Loda Zeit genommen. Und das ist ein super entspannter Typ, ein sehr lässiger, sehr freundlicher junger Mann, muss ich sagen. 27 ist er alt. Das Interview, was ich da geführt habe, das könnt ihr nachlesen bei sport1.de slash eSports. Und dann dachte ich mir, jo, vielleicht geht ja doch noch ein Interview und war bei der Autogrammstunde von Evil Geniuses beim amtierenden Weltmeister. Und dazu müsst ihr wissen, es ist ja ein Event, was von Valve direkt kommt. Das ist ein Premier-Turnier, also das erste seiner Art in dieser neuen Majors-Serie. Und das ist so geregelt, dass es keine verpflichtende Interview-Teilnahme gibt. Das heißt also, die Teams und die Spieler können sich selber überlegen, ob es die Interviews überhaupt geben wollen. Was auf der einen Seite cool ist, weil die Spieler selber entscheiden dürfen, was sie machen. Ja, finde ich ja persönlich auch nicht verkehrt. Andererseits ist es auf der journalistischen Seite super schwer, Interviews zu bekommen mit Teams, die einfach keinen Bock haben, Interviews zu geben. Klar, das ist deren eigentliches Recht. Aber, und das ist so der Einwand, den ich habe bei der ganzen Geschichte, wenn man diesen eSport professionalisieren möchte und dann noch weiter voranschreiten will, dann sollte es zumindest bei jedem Team einen verpflichtenden Interview-Termin geben, der von mir aus auch ein Gruppeninterview ist, wo sich alle Journalisten, die Interesse haben, einen Spieler schnappen können, beziehungsweise einer festgelegt wird vom Team. Das gibt es dort nicht, also muss man immer hoffen, dass man überhaupt ein Interview bekommt. Und bei EG war es eben so, dass es nicht geklappt hat. Die geben grundsätzlich keine Interviews, außer man hat irgendwie eine sehr, sehr gute Connection oder hat das im Vorfeld lange Zeit vorweg irgendwie gedealt. Ich habe da oft nachgefragt. Es gibt kein Interview mit EG. Ich habe sogar jeden Spieler angefragt. Mir wäre es völlig egal gewesen, wen ich bekommen hätte. Ich finde die Truppe eigentlich auch ganz cool. Einer war übrigens nicht bei der Signierstunde. Vier, der Älteste, der war nicht mal am Autogramme schreiben. Ich weiß nicht, wie ich das alles generell finden soll. Ich sehe das natürlich aus meiner Brille. Ich glaube, dass die Community das ganz cool findet, dass die Spieler nicht zu Interviews gezwungen werden. Naja, und ansonsten haben wir ein ganz nettes Spielchen gesehen. Auch wenn ich zugegebenermaßen oft nicht so viele Spiele mitbekomme, weil so ein Interview muss ja dann auch noch abgetippt werden. Ich zeichne das immer auf als Audio, dann tippe ich es ab, beziehungsweise übersetze es schon beim Abtippen. Und ja, da geht ein Haufen Zeitflöten und in der Zeit kann ich dann nichts von den Spielen miterleben. Aber das, was ich gesehen habe, war ganz cool. Und ich freue mich morgen auf natürlich das Rematch von The International, vom Finale zwischen Evil Geniuses und C-Deck. Wenn ihr also morgen um 16.30 Uhr nichts vorhabt, twitch.tv slash dotamajor. Da wird das gezeigt. Oder wenn ihr in der Nähe von Frankfurt seid. Kommt vorbei, Festhalle, Frankfurt Messe heißt es, glaube ich, offiziell. Der Eintritt ist frei. Bis zum Freitag könnt ihr jeden Tag ab 10, 11 Uhr vormittags bis in den Abend hinein Dota-Spiele live sehen. Richtig fett produziert mit einem tollen Bühnenbild. Nur das Finale am Samstag kostet dann 50 Euro. Ansonsten könnt ihr kostenlos eben das angucken oder im Twitch-Stream angucken. Ich denke, das wird ein sehr, sehr hochkarätiges Spiel. Und ich bin gespannt, ob das wirklich ein Rematch wird und eine Revanche wird für C-Deck, ob die Evil Geniuses hier bei dem Turnier in Frankfurt zu Fall bringen können. So, und jetzt danke ich euch fürs Zugucken und werde vielleicht noch ein bisschen was tippen oder ein bisschen twittern und wünsche euch erstmal eine schöne Nacht. Und dann bis morgen zu Tag 3 vom Frankfurt Major hier beim Dota 2 Major Turnier. Beim allerersten seiner Art mit einem Preispool von 3 Millionen US-Dollar und der Gewinner bekommt über eine Million. Saubere Geschichte.